Einfahrt in Cannes. Hier waren und sind bestimmt die berühmten Schauspieler und wir. Und 1, 2, 3 riesen Mega-Kreuzfahrtschiffe. Die stehen da draußen. Ja, da sieht man auch eins da. Zwischen dem Automeer und dem Dolich. Da haben wir uns den George Knudel gesehen. Nein, der sitzt auf dem Fahrrad neben mir. Im Café drüben saß er. Ich schwöre ihn. Ich weiß nicht, das stimmt. Ja, sonst gibt es nicht viel zu sagen. Radlweg ist jetzt Baustelle. Gibt es nicht mehr. In Antibes gibt es keinen Radlweg. Obwohl es einen Radlweg geben sollte. Aber dafür gibt es jede Menge Autos. Und Leute. Und Hotels. Ja, wenn wir Zeit hätten, würden wir dauern. Ja, wenn wir die nötige. Aber wir haben ja im Casino in San Remo so viel Geld verdient, da können wir schon ein bisschen auf dem Putz hauen hier. Ja, da haben wir ja auf dem Putz gekaut. Haha. Ja, sogar runtergeheult, der Putz. Haha.